hallo hallo ist hier noch nicht mal der echte browser ich danke euch dass ihr gekommen seid verzeiht die lange warte zeit seid ihr bereit und dann meinen brennenden beats dahin zu schmelzen mein finale wird das ganze universum für immer und ewig zu meinem gefesselten publikum machen bausers final und los geht's okay und jetzt müssen wir komische speed things man jo 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 oh verdammte gefällt so funktioniert das ja 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 so zweiter treffer das geht uns von da hinten glaube ich ne ja 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 da habe ich ein bisschen gefällt problem ist ich höre die musik bei mir immer noch klein bisschen verzögert deswegen muss ich eigentlich vorher springen aus jetzt dass ich ihn machen kann ja jetzt krieg ich hin oder was ja ich bin ein bisschen das ist 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 das Oh nein, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, super, genau, kommt einfach beide gleichzeitig mit dem Tower, okay. Da kann ich nichts machen, ne? Hmm. Oh, jetzt hat er vier. Kann ich die Hände nicht zerstören? Ja. Oh mein Gott. Ah lol, die Hände kann ich auch einfach zerstören. Ja, das war richtig dumm. Wie kommen alle wieder? Ach so, der ist jetzt wieder mit seiner Hand da. Ah, da hab ich jetzt ein bisschen gefehlt. Ah, es ist noch nicht mal vorbei. Ah. 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 Nein. Nein. die ganze wunderkraft das war mal wieder ein schuss in den oh nein er lebt noch super wir haben es tatsächlich hoffe ich wir waren es zwar nicht perfekt oder so gemeistert haben uns ein bisschen doof angestellt aber wir haben es geschafft sieben königsam cool male aber Jetzt kommt Alain. dann gibt es da drei rote von, die anderen gibt es alle unterschiede Nettes Bild Oh Uh, verdammt Nein, da habe ich jetzt welche verfehlt Ja, da habe ich nochmal die hin schaffen Oh, jetzt schneidet sie immer wieder zu Aus Schneehausen Oh, jetzt sind wir hier Uff Oh, jetzt sind wir hier Oh, jetzt sind wir hier Cool, die können wir auch mitnehmen Ja Wo habe ich jetzt auf einmal die Pflanze her Aber da sieht man erstmal wieder Sowas finde ich halt cool Das ist nicht einfach ein Abspann, der durchläuft Da kann man noch ein bisschen was machen Und da sieht man halt auch erstmal, wie viele Leute denn so mitarbeiten Also vor allem kann man natürlich jetzt am Ende hier so ein Fazit zählen Okay, man hat jetzt viele getroffen Ein paar hat man verpasst Kann man das halt auch mal so zahlenmäßig sehen Wir sind jetzt schon bei fast 300 Also mit denen, die wir vergessen haben, sind wir jetzt locker schon bei 300 Leuten Okay, da sieht halt alles mit zu Die Sprecher Die, die, die Level Design Animation Musik Ja, natürlich Jetzt habe ich den Drachen verfasst Nein Ich habe den Drachen verpasst Da ist noch ein zweiter Ich fülle auf diesen Drachen drauf Na super Gut, manche stehen da jetzt auch doppelt, ne? Ja, Motor hatten wir vorhin schon Das sind also die Die Haupt Ohne 31, also 400, würde ich definitiv sagen Minimum Die arme Kamek Und sie leben glücklich und zufrieden Diese Blume Liebe sie einfach Komm mal wieder Ja Damit haben wir das Hauptspiel Durchgespielt Du hast das Spiel beendet Dafür hältst du eine Medaille Jetzt hast du schon eine Die Level, die du noch nicht gefunden hast Wäre nun als Fragezeichen Auf der Levelübersicht angezeigt Dann hat neue Abzeichen im Angebot Uh, jetzt hier zu sein Er hat mich daran, wie alles angefangen hat Wir sind so viel An so viele Orten gereist Haben so viel Wundersagen gesammelt Aber es muss mehr Wundersamen Und Zehner Blumen Münzen geben Die wir bisher noch nicht gefunden haben Es würde mich sehr freuen Wenn wir sie gemeinsam sammeln könnten So, warte mal Ah, hier gibt es so ein paar Level Also uns fehlen ja zum Beispiel noch die Aufsteller Die kriegen wir ja wirklich nur durch dieses Münzen ausgeben Glaube ich Ich dachte, die kriegen wir auch so Hier fehlen halt noch Neue Abzeichen fehlen halt jetzt So, wo kann ich jetzt diese Gesamt Ah, hier Dadurch weiß ich, dass uns hier in den Röhrenfelsenwiesen Zum Beispiel noch zwei Level fehlen Oh, noch mehr Oh, okay So, wir gehen mal die Level der Reihe nach Ich weiß nicht, ob es sowas bringt Die Flagge zu haben Ich hätte mal das Abzeichen wechseln sollen Oh, ja Oh, ja Und das ist sowas Findet uns das noch was? Nein Ich kann voll gegen die Gegend laufen Das finde ich voll lustig So, da haben wir aber dann schon die erste Flagge geholt Wieder Wobei von der Flange wurde nicht viel gesagt Deswegen Hier steht aber auch nicht Ja, wir sehen es halt Oh, hier Den ersten zwei Leveln hatten wir jeweils die Flagge Da auch Ach, die ging ja relativ schnell Ähm Ich weiß nicht, ob der Duck sprungt, wenn der hilft Wir machen ihn einfach mal Aber das war das coole Level, glaube ich Mit der Musik, oder? Ja Die singen ja wirklich Die singen ja wirklich Ja, das war ja ein Erlebnis Ja, das war ja ein Erlebnis Nein, ich hätte da nochmal Dings machen sollen Nein Kann ich das noch? Jetzt kann das natürlich nicht nochmal, ne? Ich würde es gerne jetzt nochmal beenden Aber das geht leider nicht Wobei, wir haben auch noch die ganze Bonuswelt, ne? Ich würde fast sagen, wir machen erstmal die Level, die wir noch gar nicht haben, oder? So, ich probiere diesmal eigentlich, das Teil nicht einzusammeln Jetzt bin ich noch schlechter als vorher Okay, wir machen das später Wir machen erstmal die Level fertig mit den Münzen Das ist so das Wichtige Die Flaggen Ist nicht so wichtig So, wir gucken mal Haben wir alle? Haben wir alle? Da fehlt uns dann irgendwo ein Level Was ist das? Ist das vielleicht jetzt neu dazugekommen? Achso, okay Einfach noch 100 Münzen sammeln Und dann 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 Level ab Aber das kann ich mich auch nicht erinnern Es gibt doch voll viel von den anderen Münzen Cool Ordentlich Münzen und so Da sind die Neuen, nämlich die uns noch fehlen hier, glaube ich, oder? Ne, die haben wir auch Okay, dann gehen wir erstmal hier in den Shop Ah, jetzt hier gibt es Durchgängig Elefant Okay, die können wir jetzt kaufen Okay, dann geben wir das Geld schon mal aus Durchgängig Feuer Durchgängig Seifenblase Durchgängig Poba Natürlich auch ganz cool Gut, den Yoshi Hellblauen Yoshi Der ist die Pose Ah, okay Das machen wir, glaube ich, später Vielleicht müssen wir unterwegs noch Münzen ausgehen Da haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft Um was einzusammeln Oh, oh Hee hee Oh, oh Mal ein bisschen suchen. Da geht es schon hin. Heißt im Endeffekt. Da geht es noch hin. Ah, okay, da kommen wir ins Wirkchengebirge, aber zu Captain Todd. Okay, das ist einfach nur ein Shortcut, das Gebiet. Aber uns fehlen ja immer noch welche. Ich wundere mich grad so ein bisschen. So, den Laden, dann gibt es hier. So. Das ist komischerweise da. Das ist da, also warum auch immer kommen wir hier nirgendwo weiter. Na.